Verfolgt aus Glaubensgründen. Wer schützt die Religionsfreiheit? Im Gespräch der Vorsitzende der CDU-CSU-Bundestagsfraktion, Volker Kauder. Herr Kauder, hunderttausende Christen haben in den vergangenen Jahren, in den vergangenen Monaten den Irak und Syrien verlassen. Fast jeden Tag hört man Berichte aus diesen Ländern über gezielte Verfolgungen, Vertreibungen, auch über Morde. Und in Europa rächt sich fast niemand auf. Wie bewerten Sie das? Naja, wir sehen die Dinge natürlich schon und wir regen uns schon auf. Wir werden im Deutschen Bundestag beispielsweise in einer Aktuellen Stunde über die Situation im Irak sprechen. Und wir reden ja sehr darüber, wie wir noch mehr Flüchtlinge aufnehmen können. Der Bundespräsident hat sich ja auch dazu geäußert. Die Situation im Irak ist dramatisch, weil dort die islamistische Gruppe ISIS einen islamistischen Staat errichten will. Und die Christen kommen da massiv unter Druck. Wir haben Informationen darüber, dass Christen gezwungen werden, nach der Scharia zu leben. Das ist alles sehr dramatisch und für die Menschen natürlich furchtbar. Bei diesem Thema Situationen verfolgter Christen, verfolgter Minderheiten engagieren Sie sich besonders, vermutlich mehr als jeder andere Abgeordnete. Was treibt Sie dabei an? Ich glaube, dass die Freiheit für die Menschen das ganz Entscheidende ist. Und es gibt keine Freiheit ohne Religionsfreiheit. Das sehen wir in vielen Ländern, wo die Religionsfreiheit nicht besteht, gibt es auch keine wirkliche Freiheit. Und das treibt mich an. Ich kümmere mich nicht jetzt ausschließlich um Christen, sondern ich kümmere mich um Religionsfreiheit. Aber die Christen sind die am meisten verfolgte Religionsgruppe. Haben Sie persönlich dabei so etwas wie eine Art Schlüsselerlebnis, das Ihnen den Impuls gab? Oder ist das letztlich aus Ihrer Rolle als evangelischer Christ begründet? Naja, das ist schon ein Thema, das mich seit vielen, vielen Jahren beschäftigt. Es ist jetzt stärker in den Vordergrund gerückt, weil entgegen dem, was wir alle geglaubt haben, auf einmal jetzt das Thema Religion in der weltweiten Politik wieder eine ganz bedeutende Rolle spielt. Warum hat man jetzt im aktuellen Konflikt, aber zum Beispiel auch vor 20 Jahren auf dem Balkan in weiteren Konflikten der vergangenen Jahrzehnte, warum hat man so oft das Gefühl, dass Religion gleichzusetzen ist mit Intoleranz, mit Ausgrenzung, auch mit Ausgrenzung Andersgläubiger, mit Gewalt? Warum ist diese Assoziation heute einfach so naheliegend? Nun gut, wir erleben vor allem im Mittleren und Nahen Osten, in Afrika, dass die Religionszugehörigkeit zu einer politischen Auseinandersetzung wird. Und wir erleben vor allem, das war auf dem Balkan auch so, dort wo der Staat nicht mehr in der Lage ist, Ordnung zu schaffen, Sicherheit zu garantieren, Dort gibt es auch diese dramatischen Verfolgungssituationen und das müssen wir schon auch ernst nehmen. Leider Gottes kommen wir mit diesem Thema in der UNO nicht richtig an. Ein konkretes Land, in dem Sie sich selbst engagieren, ist Ägypten. Koptische Christen, die 8 bis 10 Millionen koptischen Christen des Landes leiden nach wie vor gelegentlich auch stärker. Wie ist da Ihre persönliche Erfahrung, weil Sie sich ja auch häufig hier in Berlin mit Ägyptern, mit ägyptischen koptischen Christen treffen? Also die koptischen Christen haben schwere Situationen hinter sich, auch in der Zeit, wo die Muslimbrüder die Macht hatten, war es sehr schwer. Im Augenblick haben Sie es etwas besser, weil der neue Präsident Sisi für mehr Stabilität sorgt, weil er auch die Gewalttaten besser verfolgt. Und man sieht an diesem Beispiel Ägypten, damit sich Demokratie und auch Religionsfreiheit wirklich entwickeln kann, bedarf es stabiler Verhältnisse. Mit dem Argument stabiler Verhältnisse exportiert die Bundesregierung, exportiert Deutschland seit Jahrzehnten Waffen in viele dieser Krisenländer. Einige der Hauptabnehmerländer beim Thema Rüstungsexporte sind unter anderem Saudi-Arabien, auch Algerien, auch Pakistan, auch Indonesien. Das sind alles Länder, die auch bei den Top 10 beim Thema Christenverfolgung und religiöse Unfreiheit stehen. Die Türkei bekommt unendlich viele kleine Waffen, Handfeuerwaffen und auch da sterben alle ein, zwei Jahre Christen. Das passt nicht zusammen. Wie kann das sein, dass Deutschland auf der einen Seite Grundrechte beim Thema Religionsfreiheit anmahnt für Länder, die auf der anderen Seite gerade als Unfreiheit dastehen und Waffen aus Deutschland kriegen? Da muss man jedes Land einzeln anschauen. Die Türkei ist NATO-Mitglied und als NATO-Mitglied hat sie auch einen Anspruch darauf, dass Unterstützung, dazu gehört auch Waffenhilfe, geleistet wird. Wir haben klare Richtlinien, dass wir nicht in Krisenländer Waffen liefern. Zum Begriff Krisenland gehört aber nicht die Garantie der Religionsfreiheit. Also Saudi-Arabien ist kein Krisenland, ist ein stabiles Land, aber es ist tatsächlich ein Land, in dem Religionsfreiheit nicht gegeben ist. Und das, finde ich, muss schon auch stärker in den Blick genommen werden. Aber gerade bei Saudi-Arabien, sage ich, das ist ein Land, das mit dafür sorgt, dass Stabilität in dieser Region herrscht. Dass nicht der Iran ausschließlich Machtpositionen vertritt. Und da gibt es eben manchmal schon einen scharfen Konflikt zwischen Interessenvertretung, allgemeinpolitischer Interessen, wie Stabilität in dieser Region und diesem Menschenrecht auf Religionsfreiheit. Aber das heißt realpolitisch die Wahl zwischen Pest und Cholera bei Ländern wie Saudi-Arabien, Katar oder zum Beispiel Pakistan, wo ja auch Todesurteile gegen Christen verhängt werden. Ja, das heißt eine ständige Aufgabe, dafür zu sorgen, dass Religionsfreiheit garantiert wird. Wenn diese Länder alle Religionsfreiheit garantieren würden, Saudi-Arabien, Iran, dann wäre auch manch anderes politische Problem nicht mehr da. Der UN-Sonderberichterstatter für Religions- und Weltanschauungsfreiheit, der Deutsche Heiner Bielefeld, benennt als eine der Hauptursachen für religiöse Intoleranz massive Korruption in allen Ländern, in denen es Religionsfreiheit gibt. Massive Korruption und eben autoritäre Staatsführung. Kann Politik stärker auch bei diesem Thema vorgehen, um eben das Thema Religionsfreiheit für egal welche Religionsrichtung mit zu transportieren? Der Hinweis von Bielefeld ist völlig richtig und ich habe ja auch schon darauf hingewiesen, dass stabile politische Verhältnisse ein wesentlicher Garant für Religionsfreiheit ist und Korruption gehört gerade nicht zu stabilen politischen Verhältnissen. Und da müssen wir in der Zusammenarbeit, im politischen Dialog auch noch intensiver auf gute Regierungsführung hinweisen. Und gute Regierungsführung ist beispielsweise auch ein Thema der Entwicklungszusammenarbeit. Das muss alles noch stärker werden. Und ich glaube eben, und das ist auch ein Grund für meine Aktivitäten, dass wenn wir das Thema Religionsfreiheit ganz intensiv, offen ansprechen, als Teil des politischen Dialogs, dann können wir auch etwas verändern. Heißt das konkret, dass es eben auch nicht nur jetzt, wenn man die Ressortverteilung nimmt, um das Entwicklungsministerium geht, sondern dass auch andere Ministerien bei entsprechenden Verhandlungen dieses Thema mit ansprechen sollten? Der Koalitionsvertrag der Großen Koalition sieht dies ausdrücklich vor. Das Thema Religionsfreiheit ist Teil unserer werteorientierten Außenpolitik und deswegen gehört es natürlich in diese ganzen Dinge hinein. Das Thema muss in den Mittelpunkt politischer Diskussion geführt werden. Ob in Syrien, ob im Irak, ob in den Staaten Afrikas mit Terror, ob im weiteren Nahen Osten, es geht ganz häufig um das Thema Islam und Islamismus bis hin zur Debatte der zurückkehrenden Kämpfer nach Deutschland, den Dschihadisten, die aus Syrien nach Deutschland zurückkehren. Macht Ihnen dieses Erstarken eines Terrors auf einer religiösen Seite Angst? Angst ist immer ein schlechter Ratgeber und Angst macht mir es nicht, aber ich bin sehr besorgt über die Entwicklung. Und man muss es einfach so aussprechen, weil nur wenn man die Wahrheit ausspricht, kann man was verändern. Der Islamismus ist aktuell die größte Gefahr für die Religionsfreiheit. Und es kommen aus diesem Islamismus heraus auch wirklich Terrorgruppen, die mit Schrecken ganze Regionen überziehen, wie man jetzt im Irak sieht, aber wir sehen das ja auch in Nigeria, Boko Haram. Was dort passiert, ist ja unsäglich. Was erwarten Sie von den Muslimen in Deutschland? Häufig weisen die ja zu Recht darauf hin, dass sie in keiner Weise irgendwas mit diesen Islamisten zu tun haben, dass sie zu Unrecht in Haft genommen werden für diese Übergriffe. Dem würde ich zunächst einmal zustimmen, dass die Menschen, die Muslime sind und in Deutschland leben, haben ja mit dem Islamismus beispielsweise in Nigeria nichts zu tun. Ich würde mir aber schon wünschen, dass wir mehr auch von Mitgliedern anderer Religionsgruppen Unterstützung bei dem Thema bekommen, dass beispielsweise auch die Verbände der Muslime in Deutschland sich klar an die Seite stellen, Religionsfreiheit ist ein unveräußerliches Menschenrecht. Wenn man mit Experten spricht, unter anderem mit Professor Bielefeld, den wir eben nannten, dann heißt es oft, wesentliches Element, um gegen Religionsverfolgung vorzugehen, ist Dialog, ist stärkere Dialog der Religionsgruppen untereinander. Wenn man dann den Dialog sieht oder Dialogveranstaltungen sieht, reden da entweder Mandatsträger oder offizielle, reden da Fachleute untereinander, aber es bleibt bei einem Dialog im kleinen Kreis. Was läuft da falsch? Also ich glaube schon, dass das Gespräch notwendig ist und dass wir auch bei dem Gespräch und Dialog mit den Muslimen in Deutschland immer wieder auf dieses Thema Religionsfreiheit hinweisen müssen und was es doch für die Muslime in Deutschland eine großartige Situation ist, dass sie hier ihre Religion frei leben können, ihre Moscheen bauen können, da muss man schon drauf hinweisen. Aber eins ist auch klar, ausschließlich mit Dialog werden wir die extremistischen Organisationen in Irak und in Nigeria nicht bekämpfen können. Im Irak ist es natürlich auch noch so, dass dort die Stämme jetzt sich mit den Islamisten verbünden und da muss man sich fragen, ob die politische Führung im Irak immer klug beraten war. Und da müssen wir auch ein bisschen drauf Wert legen. Oftmals wird natürlich das Thema Religion auch instrumentalisiert, um Machtpositionen zu besetzen. Herr Kauder, herzlichen Dank für das Gespräch. Bitte schön.